Sie kamen zu einem Haus. Es war von außen modern, aber es war weiß gestrichen. Was? Modern? Und sah ihm schlau an. Schlau? Stopp! Lora sah verwundet zu Flake, aber sie konnte sich an, äh, 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 an, äh, Denkabsturz. Oh, fragte Flake. Halt's im Maul! Mit deinen, äh, und jetzt, äh, jetzt richtig, äh, Stress. Die Katze, äh, und panisches Klang. Lass mich hier schnell hier rein! Der andere hatte orangene Haare. Nicht mehr. Die drei?